Moin moin ihr geilen Schnittchen, jetzt zocken wir aber wirklich bailout, ja, erst wollte Sepp aufnehmen, hat aber vergessen Audacity zu starten, dann wollte Sepp nochmal aufnehmen, dann hat er Framedrops, alter wie krass das ist, ich hab das jetzt gerade nochmal ausprobiert, das geht gar nicht, ohne Spaß, und jetzt nehme ich auf, mit Bram und Chris im Team, hmm, deswegen der Rest, so ist es aus, Alter, wie die genau vor meine Füße gefunden ist, Bujakka, da schießt irgendjemand von D auf mich, das Gefühl ich wurde bemerkt, hat er gerade auf mich geschossen, oh, am Gym ist einer, äh, an dem Feuerwehrhaus, Alter, einer mitten, mitten auf dem Platz ist einer, kommt wahrscheinlich jetzt Mitte A rein, Alter, ha, ich kriege ja voll die Paare, Peter ist bei A drin, Peter ist bei A drin, hat er das nicht so gesagt, Achso, naja, ist natürlich doof, jetzt nur auf das Sagen zu hören, ja dann, weißt du, was du zu tun hast, Ja, ich bin da, Mama, Peter? Marit, Peter und Haar riechen, das fühlt sich gut, Ah, lang oben, hat er mich gekillt, scheiße, da habe ich genau weggeguckt, Peter spielt auch fast jede Runde mit der, entweder mit der ACR oder mit der UMP, ne? Kann man nur mit der ACR spielen, die hat doch gar keinen Wumms, Peter ist voll gut mit der, Warum hast du denn nicht keinen Marathon, Peter? Lol, Weil Bram gerne Runden läuft, Das ist ärgerlich gewesen, Peter schnitzelt immer alles mit der, Schade, Na ja, schön, Peter, Jetzt nimmst du ja nicht mehr auf, Jetzt darfst du dich ja wieder anstrengen, Ja, jetzt kann ich wieder Punkte machen, Wee, Gut gemacht, Team! Vorsicht, jetzt toppen 8-18, oder? Ja, Alles klar, Dürfte, dürfte machbar sein eigentlich, Ich muss versuchen, Ey, hab jetzt, Ohne Scheiße, Ich bin jetzt in letzter Zeit die ganze Zeit gut gewesen, Jetzt will ich auch in der Aufnahme gut sein, Fuck, Da ist immer noch einer, Fuck! Lass dir mal an, Wo du gestorben bist? Boah, Das sieht man doch an dem toten Kopf, Einer ist noch hinten am Pool, Ja, Ich hab keine Ahnung, Wo Hardy gestorben ist, Genau vor dem Pool ausfiegt Einer, An der weißen Plane, Ach komm, Ich hab den noch getroffen, An der weißen Plane, Einer ist durch die Mitte gelaufen, Zu B, Spot, Komm wieder zurück, Ist ein Polizeiauto, Ach der meint mich, Ich dachte du, Du redest von, Von einem, Du bist bei mir im Team, So, Mach mal beide weg, Mach mal beide weg jetzt, So, Den weg, Alles klar, Und den auch noch, Nice, Oh, Die war auch nicht schlecht, Der hat gestrackt, Der hat auch nicht mehr geholfen, Der hat geklettert, Das Ziel zersteckt? Doch, Du hast, Ah ne, Das Zielding war ja, Von Brammen zu sehen, Ja, War Schwachsinn, Ich hätte, Unten, Wow, Loll, Unten hat er uns alle weggefickt, Kann ich sein, Ist in der Toilette drin, Echt? Stimmt ja so nicht, Da Zadi sich auch nicht dann umgrillt, Wenn er das, Nein, 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 Das hat richtig gut funktioniert, Levy am Arsch, Jawoll, Sauber sein, Kann nicht sein, Weißt du, Jetzt stehst du hier 0,2, Wat'n Scheiß, Das ist nicht wahr, Komm, Was hast du, Nimmst du denn mit 30 Frames auf, Ich nehme mit ganzen 85 Frames auf, Man sieht die nur nicht, Man sieht 35 Frames, Und bei mir hatte ich auf jeden Fall ein Frames, Aber der Zuschauer sieht, Mit DxTory 80, Äh, 30 Frames, Ich sehe 90 Frames, Ganz normal, Das ist sofort ein DxTory, Gibt nichts besseres als DxTory zur Zeit, Finde ich, Ja, Das hat aber auch schon so seine technischen Schwierigkeiten teilweise, Echt? Ja, Ich habe Synchronitätsprobleme, Ich muss immer, Ich mache das immer am Anfang, Muss ich halt die Synchronisation mal sicherheitsabermachen, Weil manchmal nimmt er irgendwie am Anfang nicht auf, Obwohl du dann halt die Aufnahmetaste drückst, Wie viel Leben noch? 2 Ich blente schon mal, Naja, Oh oh, Vielleicht auch nicht, Ach, wieso ist denn keiner mit da reingekommen, Ey, Sepp ist auf der Treppe bei A, Der hat mich abgeschossen, Und ist dann wieder hochgelaufen, Alter, Das ist doch ein Scherz, Das ist doch ein Scherz, Das ist doch ein Scherz, Muss nicht, Wow, War gut, ne? Ja, Ach, da sitzt es ja, Sehr gut, Den ich gesehen habe, Okay, 8,18, Noch 7 kills zu holen, Da hat mich gesehen, Ja, ich wäre sonst weitergeklettert, die Leiter hoch. Deutsche sprechen super. Du bist halt nervös von der Aufnahme. Ja, boah, ohne Spaß. Das kann nicht wahr sein. Alter, wer schießt denn da wie so ein Mongo? Ach, haben wir geflasht. Jawoll! Ach, komm! Der ist mega geflasht auf der Brücke. Nein, das ist eine Lüge. Bin ich nicht. Ach, komm! Prämium-Runde, prämium-Runde. Prämium. Was kippt denn da ab, welch? Sehr schön. Geht richtig, sagst du. Der Gramm macht uns an. Fein, 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 fein. Erstmal nicht den Bombenträger hinterherrennen. Ja. Voll das gute Ding. Das kann doch nicht sein. Adi, was ist da los? Christian ist B-Terrasse. Ich bin bei DM-Team. Oh, okay. Oh, Bram, ey. Ohne Spaß, wie viel der schluckt auch. Ohne Scheiß. Bram hat mich so verwirrt. Der ist B. Vor B. Scheuner. Wir müssen uns gerade wegstecken lassen. Team, was ist da los? Nein. Da sind die Send-Ticks geflogen. Ich dachte, der kriegt es. Ja, Peter, du schießt aber auch wie eine Rundschläger-Opa. Ja, entschuldige, mal bitte. Ich war drei gegen ein, ey. Zwei schießen auf Peter. Ich möchte mal kurz erwähnen, dass Peter alle beiden Kills in der ersten Runde gemacht hat. Ja. Das war eine gute erste Runde. Ja, sehr gut, Bram. Sorry. Alle drei A lang. Bram liegt bei mir richtig geil in der Dingens drin. Auf dem Balkon ist der. Der war, glaube ich, auch A oben, oder? Jetzt aber schnell darüber. Ach, komm, ey. Ich war schon lange drin. Der Peter ist bei A. Der Peter ist bei A. Da steht der Peter. Guckt herum. Los, taus, Peter. Sei nicht dumm. Jetzt gerade hat die Hummel angefangen zu summen in seinem Hintern. Vorräte sind unterwegs. Das zackt jetzt richtig hart. Ach so, Vorräte. Da unten, Peter, im B-Haus. Peter, bist du blit oder was? Im B-Haus unten drin. Oh, Peter, er reagiert auch viel mit einem Lappen, ey. Der ist aber Richtung B gelaufen. Der ist Richtung B gelaufen. Der blintet da jetzt wahrscheinlich sofort. Ja, wollte ich nur ablehnen. Alter. Das Ding, was da liegt, ist nicht schlecht. Ja, scheiße auf die Bombe. Geh das lieber holen. Ich schüttel den Helikop. Der geht da jetzt wahrscheinlich echt hin. Der scheißt auf die Bombe. Natürlich. Boah, Peter, Alter. Peter ist so langsam, dass Jay das Ding holen kriegt. Und dann noch, äh, wieder kriegt. Wahrscheinlich, ja. Boah, Peter. Du kleineren Fickerspango, jawohl. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ein Helikopterschützen. Ich habe da einen Shoppergunner geopfert für. Ah, scheiß drauf. Die bringen eh nichts. Ah, hier nichts. So schön. Jawohl, 7-2. Ja, Premium. Ja, Ali, mach mal mehr Punkte da. Du bist auch nicht gut. Nee, das stimmt. Alter, wie der Mordrein ist. Oben bei B ist er noch drin. Hinter uns. Der ist unten bei B rein. Zwei, zwei sind da. Verratzen. Scheiße, da wollte ich wahr. Einer war oben bei, ja. Jawohl. Wat ne Scheißrunde. Hat Jay mal richtig rumgenoopt, ey. Ali, wo bist du denn hin? Ich bin unten bei B. Boah! Ich habe das ganze Haus zusammengeschossen. Ja, ich habe jetzt am Tresen gesessen. Das hat das Haus nicht zusammengestürzt. Ach, nee, war ja kein Battlefield. Wir haben die Wunde. Einer oben bei A. Einer mega geflasht auf dem B-Haus. Ah, Polizei-Auto. Ah, der sitzt oben. Oben am Fenster sitzt der bei A. Scheiße. Ah, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wo ist der Totenkopf? Ach so, Chris war ja bei uns im Team. Leute, da oben. Fuck. Nicht gesehen. Der andere war da auch. Fuck. Copy. Wie schlecht, Christian. Bram ist von der AFK. Weißt du, wie... Ich habe es nicht so in der Hand, als du die Flash darunter geworfen hast. Ich konnte die Maustaste nicht mehr loslassen. Weißt du irgendwie gerade was am Trinken oder so was? Ja, ich habe gerade ein Stück aus meiner Wasserflasche genommen. Kann man ja auch mal machen. Ja, kann man auch. Reicht doch für Quäler. Ja, allerdings. Weißt du, zwei Mitte am LKW. Richtung A orientiert. B, B, B. Eine auf die Terrasse. B, B, B. B zu B, Robber. Einer zumindest. Der ist am Mülleimer. Der ist der. Mülleimer? Voll geil. Dijani, du bist so ein Homo manchmal, ne? Oh mein Gott. Loll. Ja, er ist fast am Mülleimer. Guck mal, der ist wirklich bei B. Hast du alles kalt, Hadi? Nein. Der ist das schon. Das kann doch nicht... Nein! Ich wusste nicht, dass er die da bei Korn hingelegt hat. Das hat er die weiter hinten gelegt. Scheiße. Krass auf die Entfernung. Das ist am Mülleimer. Ja, ohne Scheiß. Weißt du, die ganze Zeit rumhopsen. Da hab ich so, was ist das denn jetzt? Scheiße. Am Lleimer nie sind seinen Namen. Oh Mann, ey. Aber ich hab mich so ein bisschen umgeguckt. So, what the fuck. Der kann doch keiner sein. Ja, man kann doch nur dich hören. Geh oben. Wo war der denn jetzt? Geh unten. Loll. Das war in der Mitte unten. Alter. Alter, wie der von da aus alles sieht. Ja, no problem. Hadi ist A. Hadi ist B. B, Terrasse. B. Hadi ist so gut mit der Scheißverfälle. Aber die macht nicht genug damage. Oder so. B oben. What? Oh Mann. Fein. B oben, Dennis. Da ist noch B oben. Da hat er gesagt, dass dir noch B rein ist. Das war schon uns gut. Achso, du bist ja im Gegner-Team-Bor. Ich bin echt verpeilt. Ich bin echt verpeilt, Alter. Puh. Oh Scheiße. Das ist der Spiel schon so elf Runden lang. Einer ist zur Leiter. Alter. Oh. Erstmal anficken mich da auf die Tür. Das kann ich was. Da bin ich in den Arsch. Zwei auf A. Zwei auf A. Bitteschön. Der hat da eine Klee geplägt. Die kleine Hupe. Ja. Die ist aber hochgegangen. Ja, die ist hochgegangen. Das stimmt leider. A oben. A Treppe runtergegangen. A Treppe runtergegangen. Oh, ich hing da fest. Ich kann nicht sagen. Hinter dem. In der Mitte. Rennt A jetzt rein. Mitte. A. Die ist bei B. Nein, da konnte ich nichts sagen. Zumindest gehe ich nach der Haustürstelle. Weil irgendwo bei B Haus ist. Oder B. Jawohl. Boah, ich dachte gerade, der stirbt wieder nicht. So ein Longo, ey. Auf jeden Fall erst. Schade. Oh, nee. Fuck. Ach, läuft doch. Echt mal, läuft doch. Läuft doch. So gut. Everything is good. Everything is awesome. Deine Mutter auch. Einer ist B oben rein. Und da habe ich verkackt. Das ist halt nett. Dann ist der hinten wieder rausgelaufen. Dann weiß ich nicht, wo er hinten ist. Ja, weil du gesagt hast, hey, ich stehe hinter dir. Habe ich gar nicht gesagt. Ich habe geschossen und dann nicht getroffen. Die Bombe liegt hier bei B hinten raus. A oben. A, die ist ein blöder Spaß. Bist du da hochgeklettert? Der ist bei A oben. Gemesser B oben. Der H, die ist bei A lang oben. Den hast du durch ein Bild laufen sehen vorhin. Also das ist safe. Nice. Puh. Der H, die war schon tot. Nee, doch nicht. Wie bist du da jetzt hochgekommen, Mann? Nee, du Arschloch. Das war genau, Alter, dass ich gegen die Wand gelaufen bin. Dann hat mir echt den Arsch gerettet. Wo klebt durch die Wand, oder was? Ja. Ich bin einfach da hoch. Aber ganz schön kack hier ist. Ja. Bombay, Allah. Kann ich mir vorstellen. Oh, oh. Flasht, B. Nee, Hardy. Weißt du, wie ich wieder denselben Weg laufe? Ne, die kleine Pissnitte da, ey. Pissnitte? Boah, Sebastian Lenzenpool, ey. Das hast du aber im Murin gehabt, Sepp, oder? Boah, Sepp, hau ne weg! Ah, schade. Doch, war das weggehauen. Er hat weggehauen. Ich dachte, das wäre Jay gewesen. Das sagt der, ah, schade, ey. Meine Mongo. Jetzt pass auf. Alter. Nein, nein, Sepp! Nein, Sepp! Das kann nicht sein. Sepp hier, hau. Ja, boah, hast du nicht schlecht. Nein. Nice, nice. Ich kletter ein bisschen. Ich bin Affe. Dann bist du super. Ah, schön. Ach, nö. Ich würde sagen, uns den Feuerhaut. Du Asch, noch. Scheiße. Einer war Alarm. Das kann nicht wahr sein. Das kann, darf, soll nicht wahr sein. Jawohl, Leute, jawohl. So nicht, ihr Ficker, ey. Proud of you. Proud of you. Jetzt kommt alles hier weg, Junge. Jetzt mal richtig hinsetzen. Meine geilen Hose hier, ey. Verdammte Scheiße. Ich hab den gehört. Ich gesagt nicht. Wollen wir mal richtig dran riechen, Junge, und dann geht los. 7 zu 8. Verdammte Scheiße. Ich glaub, da ist ein bisschen Sepp hier mit hochgekommen. Jetzt lass euch nicht direkt wegficken. Bei A kommen sie gerusht. Am Mülleimer da. Quatsch, am Lastwagen. Warte, drei Granaten. Drei Granaten sind mitgegen geflogen. What the fuck, ey. What the fuck. Eine Mitte. A. Ach, das ist ja kein Ding. Das letzte. Einer hinten bei A reingelaufen. Überkommt über den Pool. Läuft. Läuft. Weißt du, das ist sowas von Leute. Drei Granaten. Drei Granaten worden. Alter. Warte, hab ich schon geflasht, wie er da lag. Nice. Ja, ich schwirr. Hättest du mal noch ein bisschen überlebt, Jay, weißt du? Dann hätte Hadi wahrscheinlich Sepp noch weggeschossen. Überlebt. Achso, ja. Wahrscheinlich. Alter. Das kann nicht sein. Ja, die haben mich ein bisschen belagert da. Einer war ganz hinten bei denen und einer noch vor. Nein, ich bin so scheiße. Ah, oben. Boah, da kann nicht wahr sein, Sebastian. Der war direkt drauf, ey. Ohne scheiß. Ja, wie, wo, was denn? Oh, da ist Christian. Nein! Der ist beim, bei, bei, da. Ja, genau. Läuft. Meins, meins, meins. Meins. Peter, das ist total... Da hab ich aufgehört zu schießen. Ohne scheiß, ich hab direkt nachgeladen. Der hätte mich wahrscheinlich noch weggefickt. Ja, Manpower hier. Ohne scheiß, könntet ihr mal ein bisschen weniger sterben, ja? Weißt du, die Kills ist ja in Ordnung, aber... Der hättest ein bisschen scheiße bei euch im Team. Ist wieder einer zur Leiter gelaufen, das war Peter. Ohne scheiße. Was? Loll! Da hätte ich vielleicht eher aufhören sollen zu rennen. Achso, mit der Leiter hätte ich vielleicht hören sollen. Ah, lang oben. Werfer Handgranate. Du, 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 du. Batman. Wat? Ja, warte auf, Batman. Nicht eins zu eins. Das war knapp, ey. Oh, Alter. Ist das so verlockend, da zu schießen. Doch, einer kommt von nah oben. Warum? Er ist in der Mitte. Oh, einer kriegt sie an. Ich hab nicht gesehen, dass er sich hingelegt hat. Ich dachte, er ist durch das Glück gelaufen. Huhuhu. Das kann nicht wahr sein. Ah, oben ist einer. Der ist im Garten. Einer lebt noch. Oh Gott, du hast ihn gesehen. Nee. Nein! Nein! Ach, da kommt er doch wieder. Oh nein. Ach, Sepp. Oh nein. Ja, ich hatte ja auch noch eine Zeit, um noch eben eine Runde über den Pool zu machen, Sepp. Nein, ich hatte gedacht, du gehst ein bisschen zwei Meter weiter. Was? Weißt du? Der hat rechts. Mir fällt nichts ein. Wub, wub, wub. Okay, komm jetzt, der Bram, Christ. Ich hab 16.10, ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Ich lass das gewinnen. Das Ziel zerstören. Wir machen das jetzt. Kommt schon, Leute. Ist doch easy. Könnte auch nix. Achtung, feindliche Vorräte. Find ich auch. Komm her. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Oh. Hammer. Immer die besten Vorräte. Da ist ein B-Haus. Oben drin. Stimmt ja so nicht. Oh, da ist einer geflasht. Kann ich sagen. Einer. Einer, zwei. Keiner tot bisher. Blut. Einer ist vor A. Am Parkplatz. Der ist hinter der Mauer. Fuck. Und jetzt hat er mich gesehen. Nein. Die scheiß Drohne jetzt mal endlich weg. Weiß ich noch nicht. Oh. Hat er was? Wat? Ja. Boah. Er ohne Spaß, Hadi. Du hast echt die falsche Waffe für Schaden. Pete ist auch noch da, ne? Er hat auch irgendwo eine Klee geplantet. Er hat auch irgendwo eine Klee bei B-Haus geplantet. A oben. Hadi. Bram. Pete ist A oben. Und H.D.B. Einer ist bei A-Spot. Oh. Nein! Nein, 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 nein. Bitte nicht. Okay. Sehr schön. Geile Scheiße. Ganz ruhig, ja? Das ist nur noch fucking Pete. Peter fucking Smith. Der kommt aus der Mitte. Lasst euch nicht töten. Oh nein! Jawoll. Alles Roger bei uns. Ich hab nix mehr gesehen. Kam der angelaufen? Ja. Nee, aber der ist zu dir. Ich dachte, der kommt zu mir, weil ich hab nichts mehr gesehen. Sehr schön. Hm. Reißer. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe. Äh. Ach nö! Ach Hadi! Du bist so ein Sackgesicht, ey! Peter ist im B-Haus unten. Der läuft zu unserem Spawn, glaub ich. Ja, der Peter einmal. Oh, Peter du Arsch. Ohne Spaß. Das sah zumindest so aus, als würd der zu unserem Spawn raus. Die Bombe wurde platziert! Ich sag, die sind bei A, ne? Polizei. Nice! Der ist oben bei A, ganz hinten am Pool. Der andere ist hinten am Pool. Der kommt hinten vom Pool. Oder so. Niiiis! Was? Ah, wie eiskalt der da runter. hobbies. Schnell, der schon da war. MoOOaAHAHAHAHAHAHAH52 Junge, Junge! Drらische Jllingerin. Boah, jetzt nochmal Ultimative Pre ventilation. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. 2 stück im b-haus das ist schon mal kein guter start hier nein er ist b an der kiste geh weiter geh weiter pass auf peter das war jetzt scheiße der ist Asport, rennt wieder mit heraus ja jawoll ach so ne scheiße hättest du deiner linie treu geblieben dann hättest du noch gekriegt vielleicht vielleicht hättest du deiner linie treu gebleibt na echt mal na jetzt ist er getotet juggi der spacken mit dir sein ne vorsichtig 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 ich führ deine mama ein da ist was geflasht oah mann sehr mülldeimer aufklärungsdrohne online war es kalt Hadi? nein ah ist einer drin feindliche aufklärungsdrohne gerichtet fuck irgendwie vorm vorm last vorm 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 vor der leiter vor der leiter vor der leiter vor der leiter wo ist der denn? vor der leiter ist der sitzt da lang der liegt hinter so ner kiste der liegt hinter so ner kiste der kommt bestimmt hochgelaufen er oder ich weiß es nicht oh mein gott das ist mega gefährlich neeeeeee booyaka peter haha das war außen ja hab ich dumm geguckt der leck mich am arsch der ist schon wieder elf elf kann nicht sein nur spaß das war nice mitte lol jetzt ist der hinten immer noch am pool er leckt mich am arsch nice einer am lastwagen oder einer feuer ja äh feuerhaus und so n scheiß stimmt das? ja da hat zumindest einer geschossen aus der ist da immer noch glaub ich der marsch der macht langsam ja einer B oben glaub ich soll ich denn machen ja langsam spielen booy ich hab den nicht mal gesehen B Terrasse hä? B Terrasse kann ich im Tod aber vorher wäre Auto ja ja yes das war wohl nix das kann doch nicht sein ohne spaß jawoll das ist ein bisschen mehr anstrengend ja die ist klar Junge was war da los mit dir schöne Runde menschen ja schön easy learn to play Pete Sepp Hardy ich hab mehr Punkte als du learn to play sieb sieb negativ bedank fürs zusehen hau rein ja ja ja